Wir fahren heute zu einer speziellen Einrichtung der SOS-Kinderdörfer, einem Interim-Care-Center in Kentschara. Das ist eine Stunde Fahrzeit von Beirut entfernt, liegt mitten in den Bergen. Hier werden syrische Flüchtlingskinder aufgenommen im Alter von 2 bis 14 Jahren, die schwere Traumata erlebt haben während des Krieges, die ohne Eltern gekommen sind, die aufgrund von Armut arbeiten müssen. Was ist speziell von diesen Kindern, die hierher kommen? Ich meine, sie kommen aus Syrien, die meisten von ihnen, und sie sufferen von einem großen Traumata, ich glaube. All von ihnen kommen aus Syrien und sie sind Flüchtlinge. Aber was ist speziell von diesen Kindern ist, dass sie so viel mehr als nur ein Flüchtling, das ist ein Problem von sich selbst. So diese Kinder haben either ihre Eltern verloren, oder einer ihrer Eltern, oder haben sie sich verabschiedet, oder haben sie durch andere Probleme, wie Kinderwärmung, oder Abuse, oder andere Probleme. So diese sind wirklich die größte Situation der Kinderwärmung, die SOS ist in der Überlegung in Lebanon, in der Überlegung. Ich weiß, dass es so wichtig für sie sich für sie zu zeigen, zu spielen, zu spielen, zu machen, zu machen, damit sie sich nicht vergessen können, und zu finden einen neuen Weg für sie sich selbst und ihre Gefühle. Was sie brauchen, ist ein langfristiges Prozess, dass sie ihre Leben zurückgeben werden, mit so viel Integrität, Prosperität und Sicherheit, denn das ist das, was sie meistens brauchten, während ihrer Kindheit.